Der menschliche Körper. Deine Nase wird wärmer, wenn du lügst, weil wärmeres Blut dort langrauscht. Und das verursacht den verräterischen Juckreiz. Unter Kühlung sinkt deine Temperatur tiefer, zittert dein Körper und Verwirrung setzt ein. Durchschnitt des heißesten bewohnten Ortes. In Dalol, Äthiopien, findest du brennendes Salz, Vulkangestein und Schwefelsäure. Schokolade schmilzen. Man braucht 400 Kakaobohnen, um 0,5 Kilogramm Schokolade herzustellen. Körpertemperatur Ameisen-Igel. Sie haben die niedrigste Körpertemperatur aller Säugetiere. Die wärmste Meerestemperatur. Das Rote Meer hat seinen Namen von einer Algenart, die das Wasser leicht bräunlich rot färbt. Die höchste auf dem Mars aufgezeichnete Temperatur. Manchmal ist es auf dem Mars wärmer als in manchen Teilen der Erde. Das wärmste Land der Erde im Jahresdurchschnitt. Burkina Faso, sechsmal so groß wie die Schweiz, ist ein afrikanisches Land in der Nähe der Sahara. Akuter Tiefpunkt für den Menschen. Bei dieser Temperatur kann ein Mensch ins Koma fallen. Die ideale Temperatur für das Aquarium. Warmes Wasser enthält weniger Sauerstoff als kaltes Wasser. Wenn das Becken zu heiß wird, können die Fische nicht mehr atmen. Indiens jährliche Durchschnittstemperatur. Bis 2024 wird Indien China überholt haben und das bevölkerungsreichste Land der Welt sein. Zimmertemperatur. Studien zeigen, dass deine Produktivität und Arbeitsgenauigkeit sinken, sobald die Zimmertemperatur außerhalb des Bereichs von 21 bis 25 Grad Celsius liegt. Absolutes Minimum für den Menschen. Sinkt die Temperatur noch niedriger, wird das Überleben schwer. Die wärmste Temperatur der Antarktis. Die Eisdecke auf dem südlichsten Kontinent des Planeten ist durchschnittlich 1,6 Kilometer dick. Kalte Dusche. Kalte Duschen geben Energie und Regen den Stoffwechsel und Kreislauf an. Marsäquator im Sommer. Früher dachten wir, es gäbe kein flüssiges Wasser auf dem Mars. Aber Wissenschaftler fanden kürzlich Hinweise auf einen See. Die durchschnittliche Temperatur der Erde. Unser Planet wäre 50 Grad kälter, wenn es unsere Atmosphäre nicht gäbe. Sie speichert Wärme. Die niedrigste Körpertemperatur, die ein Mensch überlebt hat. 1999 blieb eine 29-jährige Frau 80 Minuten lang unter Eis stecken. Ihr Herz schlug nicht mehr, aber die Ärzte konnten ihre Vitalfunktionen wiederherstellen. Untergrund. Unabhängig von der Lage oder dem Klima draußen, bleibt die Temperatur 7 Meter unter der Erde das ganze Jahr konstant. Iglu. Es sieht so aus, als ob Iglus nur vorübergehende Unterkünfte sind, die nicht lange halten. Aber in Wirklichkeit können sie einem Hurricane standhalten, falls es je einer hoch in den Norden schafft. Neuseeland Jahresdurchschnitt. Egal in welchem Teil des Landes du lebst, du bist nie weiter als 130 Kilometer von der Küste entfernt. US-Jahresdurchschnitt. Die USA sind der einzige Ort auf der Erde, wo es sowohl Alligatoren und Krokodile gibt. Alligatoren haben eine breite U-förmige Schnauze. Krokodile eine schmale V-Form. Aber ehrlich gesagt möchte ich so nah nicht ran. Kältester Fluss. Das ist die Temperatur des Flusses Neretwa im Sommer. Er ist auch einer der saubersten Flüsse der Welt. China-Jahresdurchschnitt. China ist ein bisschen kleiner als Kanada und in der Gebietsgröße der Welt auf Platz 3. Aber es hat nur eine Zeitzone. Kühlschrank. Markiere deinen Kalender. Nationaler Tag der Kühlschrankreinigung ist der 15. November. Pazifischer Ozean. Der Name bedeutet friedliches Meer. Ironischerweise schürt der Pazifik die stärksten Wirbelstürme aller Zeiten. Marianengraben. Der tiefste Teil des Ozeans hat weniger menschliche Besucher gesehen als der Mond. Nur drei haben es bisher auf den Grund geschafft. Körpertemperatur des Grönland-Hais. Wie die meisten Fische sind auch arktische Haie kaltblütig. Sie haben dieselbe Körpertemperatur wie ihre Umgebung. Wegen seines geringen Stoffwechsels kann der Hai bis zu 400 Jahre alt werden. Gefrierpunkt von Wasser. Und so wird es gespeichert. Fast 70 Prozent des Süßwassers ist in den Gletschern eingeschlossen. Arktischer Ozean. Der kälteste Ozean der Welt hat eine Temperatur, die etwas höher ist als der Gefrierpunkt von Salzwasser. Körpertemperatur eines arktischen Ziesel. Das ist das einzige Säugetier, das seine Körpertemperatur unter den Gefrierpunkt senken kann. In der Wüste bei Nacht. Die Tages- und Nachttemperaturen in der Wüste schwanken so drastisch wegen des Wassermangels. Kanada-Jahresdurchschnitt. Kanada hat die kälteste Jahresdurchschnittstemperatur von allen Ländern. Russland inklusive. Aber Kanada hat mehr Seen als der Rest der Welt zusammen. Eis-Raum-Temperatur. In Schweden gibt es ein Hotel, das komplett aus Eis besteht. Sogar die Stühle und Betten. Es wird jeden Winter umgebaut. Im Inneren eines Gletschers. Gletscher bedeckten während der Eiszeit 32 Prozent der Erde. Schneesturm. Obwohl es keine Kältegrenze für Schnee gibt, sind Schneestürme bei dieser Temperatur wahrscheinlicher. Der wärmste Wintertag in der Antarktis. Die Antarktis hält 90 Prozent des gesamten Schnees der Erde. Wenn alles schmelzen würde, würde der globale Meeresspiegel um 60 Meter ansteigen. Das sind ungefähr 20 Etagen. Die perfekte Eiscreme. Es gibt eine Pflanze namens Pakai, die in Südamerika wächst. Sie schmeckt wie Vanilleeis. Gefrierfach im Kühlschrank. Lebensmittel, die bei dieser Temperatur und tiefer gelagert werden, sind für immer sicher. Wenn du sie richtig versiegelst. Lebensgrenze auf der Erde. Wissenschaftler entdeckten, dass dies der universelle Punkt ist, an dem lebende Organismen nicht mehr in der Lage sind zu leben und zu wachsen. Kältester Tag in Afrika. Die Temperatur wurde am 11. Februar 1935 in Marokko aufgezeichnet. Sommer am Südpol. Die Antarktis ist die größte Wüste der Welt. Manche Gebiete haben seit zwei Millionen Jahren weder Regen noch Schnee gesehen. Der Gipfel des Mount Everest. Wenn du den Everest auf den Kopf stellen und ihn in den Mariannengraben stecken könntest, wären trotzdem noch ein paar Kilometer zu gehen. Betriebsgrenze kälteresistenter Handys. Chemische Reaktionen in einer Batterie verlangsamen sich, je kälter sie wird. Ein Handy gibt bei dieser Temperatur auf und deine Hand hätte Erfrierungen, weil du es festhältst. Marsmonde. Die NASA denkt darüber nach, die Raumstationen Phobos und Deimos zu bauen, um in Zukunft den Mars zu beobachten. Winter am Nordpol. Es gibt kein Land am Nordpol, nur eine Eisschicht, die auf dem arktischen Ozean schwimmt. Winter in der kältesten Stadt der Erde. Oimyakon ist die kälteste bewohnte Stadt auf der Erde und liegt im Nordosten Russlands mit 500 Einwohnern. Dort kannst du gefrorene Früchte wie Eis zerschlagen. Außerhalb eines fliegenden Flugzeugs. Wenn du im Flugzeug fliegst, beträgt die Entfernung nur 7% zum Weltraum. Aber wenn du mit Autobahngeschwindigkeit in den Weltraum fahren könntest, bräuchtest du nur eine Stunde dorthin. Winter am Südpol. Der Südpol ist der kältere der beiden. Dort gibt es kein Leben. Durchschnittstemperatur Mars. Der Himmel auf dem Mars ist rot und Sonnenuntergänge sind blau. Überlebenspunkt. Das ist die niedrigste Temperatur, die ein lebender Organismus überleben kann. Außer Bärtierchen, die überleben alles. Trockeneis. Trockeneis hat keinen flüssigen Zustand. Es wird zu einem Gas, wenn es schmilzt. Kälteste Temperatur auf der Erde. Die Temperatur wurde am 21. Juli 1983 an der Vostok-Station in der Antarktis aufgezeichnet. Die kälteste Temperatur in der Erdatmosphäre. Der meiste Sauerstoff in unserer Atmosphäre stammt nicht von Landpflanzen, sondern vom Phytoplankton in den Ozeanen. Kälteste mögliche Temperatur auf der Erde. Die theoretisch niedrigste Temperatur auf unserem Planeten kann nur in der Antarktis erreicht werden. In der Nacht bei sternenklarem Himmel, niedriger Luftfeuchtigkeit und keinem Wind. Daran viel Glück dabei. Temperatur Jupiter. Der größte Planet unseres Sonnensystems ist größer als du denkst. Er entspricht zweieinhalbmal der Masse aller Planeten zusammen. Auf der Schattenseite der ISS. Die internationale Raumstation umkreist unseren Planeten einmal alle 90 Minuten. Die Astronauten an Bord erleben 15 bis 16 Sonnenaufgänge pro Tag. Niedrigste auf dem Mars aufgezeichnete Temperatur. Das ist super kalt, aber immer noch wärmer, als wir es uns vorstellen können, wegen der dünnen Marsatmosphäre. Ganymede. Einer der 79 bekannten Monde des Jupiters. Er ist der größte Mond des Sonnensystems, sogar größer als Merkur. Temperatur Saturn. Da Saturn aus Gas besteht, könnte er im Wasser schwimmen. Merkur bei Nacht. Merkur hat keine Atmosphäre, deshalb kann der Planet, der unserer Sonne am nächsten liegt, keine Wärme halten. Seine Temperatur sinkt nachts drastisch. Die dunkle Seite des Mondes, die wir nie von der Erde aus sehen können. Der Mond zeigt uns immer die gleiche Seite. Flüssiger Stickstoff. Stickstoff existiert normalerweise in einer Gasform und macht fast 80% unserer Atmosphäre aus. Es ist das fünfhäufigste Element im Universum. Temperatur Neptun. Der am weitesten entfernte Planet unserer Sonne hat die stärksten Winde im Sonnensystem. Sie können 1900 kmh erreichen. Das ist fast die doppelte Schallgeschwindigkeit. Temperatur Uranus. Uranus ist der kälteste Planet des Sonnensystems, auch wenn er nicht am weitesten von unserem Stern entfernt ist. Temperatur Planet 9. Es ist ein hypothetischer Planet, der noch nicht entdeckt worden ist, aber angeblich in der äußeren Region des Sonnensystems existiert. Kälteste Temperatur auf Pluto. Pluto ist so weit weg, dass er noch nicht einmal seine erste Umlaufbahn um die Sonne seit seiner Entdeckung 1930 vollendet hat. Das wird auch nicht vor 2178 geschehen. So lange kann ich leider nicht warten. Temperatur Sedna. Sedna ist ein Zwergplanet, der 2003 entdeckt wurde. Er ist so weit von der Sonne entfernt, dass es 10.500 Erdenjahre dauert, um eine Umlaufbahn zu vollenden. Der Weltraum. Der Weltraum ist eisig und völlig still. Außer wenn ich rede. Der Boomerangnebel. Er ist der kälteste Ort im Universum. Die kälteste erreichte Temperatur. Die Temperatur wurde 2003 in einem Laboratorium erreicht. Und der absolute Tiefpunkt. Diese Temperatur gilt als absolutes Minimum. Theoretiker sagen, nichts kann kälter sein. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib dem Video doch ein Like und teile es mit deinen Freunden. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir sicher gefallen. Klicke einfach links oder rechts und bleib immer auf der Sonnenseite des Lebens. Klicke einfach links. Bis zum nächsten Mal.